Musik Erstmal danke, dass ihr alle gekommen seid zu unserer Massage. Sie hat das Thema Frauen im Mittelpunkt. Ihr seht, es sind eigentlich nur Frauen angestellt. Ja, jetzt erst mal was zu den einzelnen Personen. Ich werde mich möglichst kurz halten, damit ihr jetzt nicht zu gelangweilt seid. Es sind Bilder von Justina Anthony und Veronika Falk und von mir, Utrecht Maunstein-Leset. Ja, wie ihr seht, sind die Malstile ziemlich unterschiedlich von uns dreien. Justina, die malt in Farbexplosionen, die Emotionen freisetzen, die, ja, pure Lebensfreude, sage ich immer. Und Veronika, sie malt ihre filigranen Personen, Frauen, die so tänzeln, schweben. Das ist absolut faszinierend. Man erkennt auch teilweise erst die Dinge, wenn man näher hingeht. Auf jeden Fall absolut sehenswert. Ja, und meine Bilder, das sind die schwarz-weißen hier. Ich nenne es immer Popart. Ihr könnt selber entscheiden, was es ist. Ja, und dann möchte ich noch ganz besonderen Dank aussprechen an unseren Gastgeber hier. Das ist der Karl Orts. Der ist ein Bildhauer. Er produziert wahnsinnig tolle Skulpturen. Falls ihr die noch sehen wollt, könnt ihr alle umherantreten. Er zeigt sie euch sicherlich gerne. Ja, was fällt mir jetzt noch ein? Schau ich mal. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass ihr alle viel Spaß hier habt. Trinkt noch einen Schluck. Genießt den Abend. Es gibt nur kleine Häppchen, aber die könnt ihr auch genießen. Und jetzt einfach viel Spaß. Wer Fragen noch hat zu den einzelnen Bildern, tritt bitte an die einzelnen Malerinnen heran. Die werden euch die Fragen gerne beantworten. Okay? Also, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020